Lauf, lauf, lauf! So! Und auch damit natürlich hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ich wollte eigentlich am Samstag, Sonntag einen kurzen rausbringen, ganz klein, in der Vorgeschichte von Vlogs, also ich bringe die Kurzwebens nicht mehr in die Reihe. Aber leider ging das nicht, der kam auch am Samstag, Sonntag, kein Video mehr. Ich bin jetzt gerade in den Hals gesprungen. Und wie ihr gerade seht, dass der Schnee schmilzt. Wie das ist, hier kaum mehr irgendwie irgendwas. Und ja, wie gesagt, gerade so eine Wasserpfütze, und ich wollte eigentlich mit Pantera, was man glaube ich gerade im Metro gesehen hat, eigentlich Gassi gehen. Und ja, sie trinkt einfach allerdings. Und ja. Hat er sich aufgeweckt? Ja. Ist jetzt Gassi. Die Gassi. Das ist ein schöner Tag eigentlich. Weil er kann auch dabei sein. Ähm, ja. Die Nachbarskatze von uns ist mit meinem Hund verfeindet, da die Katze, also die Nachbarskatze, einmal, wie soll ich sagen, andere gekratzt hat. So, wir gehen jetzt mal rein wieder, es hat nichts gemacht. Übrigens, die Leine ist auch nur dazu da, wegen gesagter Katze, denn wenn die Katze Pandora sieht, dann gibt es einen Kampf und den kann ich dann nicht mehr unterbinden und das könnte dann mit Verletzen enden. So, ich würde behaupten, Pandora, wir gehen jetzt mal so, Pandora. Ich sag da aber mal der Christbaum. Da ist eins für C. Jetzt gehen wir noch hin. Oh, komm. Perfekt. Ich würde mal sagen, ja, dieser kleine Video hat euch gefallen. Wir sagen, lasst noch ein Video, wenn es euch gefallen hat. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Lassen wir auch auf den Blogcast. Mehr von mir wollten wir sagen, bis zum nächsten Mal und tschau. Bis zum nächsten Mal.